Der FC Barcelona ist in München angekommen. Am Dienstag spielen die Spanier im Champions-League-Halbfinal-Hinspiel in der Allianz Arena gegen den deutschen Rekordmeister. Barcelona wie der FC Bayern mit einer gelungenen Generalprobe in der Liga. Doch gegen Levante reicht es nur zu einem 1 zu 0. Dort nicht mit dabei war Lionel Messi. Der Weltfußballer wurde für die Begegnung gegen Bayern geschont. Die Ankunft der Spanier wenig spektakulär. Nach einer Minute waren alle Spieler im Hotel verschwunden. Jetzt wird es langsam ernst. Bayern gegen Barca. Am Dienstag steigt er. Der Kracher im Champions-League-Halbfinale.